Fuck Ich höre nen Bohrer da! Ja Öttere das Waisenhaus, Kinder Ich hau schon wieder nen Heli Alle im Bosen vorbeigelaufen, Idioten Da sind er, also, die großen Ding Ich hab ja auch wieder Adrenalin, jetzt am Anfang schon Anna hat einen schnelleren Finger wie du, hä? Ja Der Lass ist entstanden U-Buff, sieh die Adrenalin, ich will jetzt auch schnell! Der Leber hat einen richtigen Pferdeschwanz! Ja! Boah! Da bist du Fabi! Du Arschloch! Okay! Alle am Posten vorbeigelobt! Unglaublich! Oh shit! Oh shit! Das macht man gar keinen Damage, wieso macht man das? Was? Das Elektro Ding, wo ist die Tür, ist der Kunde? Was ist das denn? Halt's Baul durch Da ist schon der dritte Schreihalz in Folge Oh, der Hocke an die Tür klopft, mein wenigerer Schrocke Die Hocke klopft echt an die Tür Boah, das sind zwei Cola Flasche Oh mein Gott Oh mein Gott Oh WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich finde keine Bleiche. Hier unten. Ah, jetzt habe ich auch eine. Ich finde keine Bleiche. Du hast meine Bleiche gestohlen. Niemals. Ich habe meine Psychose gekickt. Ich habe keine Adrenalin. Ja genau. Ich fahre nicht so leichtsinnig in die Pulver und so. Ah, da ist jeder top. Ah, das wird ein Judi-Sübschen. Da habe ich ein Psychosen-Mittel, Simon. Ich habe ihn. Da wäre Adrenalin-Spitz. Moment. Oh. Wo hast du vorbeigelaufen? Oh no. Ich habe jetzt wenigstens auch das Verteilung, dass du so die Psychosen wieder voll hielst. Oh no. Ich habe jetzt wenigstens auch das Verteilung, dass du so die Psychosen wieder voll hielst. Oh no. Warum renne ich da so ein Psychos raus? Ja, ich bin eigentlich... Fuck. Ich bin eigentlich nur in deine Richtung gehoffen, dass ich dir helfen kann, falls da etwas passiert ist. Dann danke ich dafür. Ja gut. Jetzt renne ich dem Nächsten in die Arme und da ist noch ein falscher Vivi. Richtig geil. Oh. Oh, bist du ein Penner. Oh. Nichts. Aber ich habe gesehen, was da hinten ist. Aber ich habe gesehen, was da hinten ist. Aber ich habe gesehen, was da hinten ist. Oh, was? Hä? Hä? Was? Oh. Da ist ja nie im Glück. Oh, ich habe mich gewehrmutter. Oh. Aua. Clem kommt wohl zu mir. Ist für mich noch? Ja. Na? Wir sind jetzt gerade. In seinem Klooster. Ich will noch wissen, ob du das auch so siehst. Kommen sie zu mir? Das ist schon nicht alles, was so schwebt. Ja. Ich habe sie schon mit 10 Stürmer beworfen. Das ist so lustig. Aber sie haut dann zu. Du musst aufpassen. Wenn es nahe kommt, dann haut sie. Ich habe sie rein. Danke für die Hilfe, Philipp. Hä? Achso? Hinter dir wird es reingekloppt. Was ist für dich, Fabi? Sei mir nicht böse. Also da, breche mal auf da. Kommt durch. Oh je, schlechte Idee. Oh fuck! Wo Bleiche ist denn? Die Wanne schreit da in der Luft um den anderen. So geil. Ist da nicht irgendwo mal in den Keller gerber? Ja, da bin ich gerade drin, aber ich habe nichts gefunden. Da ist gar keine Bleiche drin, nein. Nein, aber schon. Total viele Items sind da auf der Map. Sie sind da auf der Map. Oh, sie sind da auf der Map. Es geht hier nicht. Sie sind da auf der Map. Wie ist das nicht? Nein, das ist nicht. Ich bin das nicht. Ich bin ja nicht. Nein, ich bin ja nicht. In der Mitte, das ist ja nicht. Oh no Mario! Oh, ich hab sie jetzt mit meiner Ulti gestandt. Ah, keine Flasche brummeln. Ja du kannst! Nein! Mann, jetzt klemm ich schon wieder in einem Gegner drin hier. Ey, richtig hart hier. Du weckst hier richtig falsch, hab ich so schön. Alter, das sind so viele Gegner. Ich bin kein Bleiche. Gremlins. Sie haben nie in diesem Scheiß nach Hause geglaubt. Wie können denn die, wo so... Ähm, wo... Wenn eine Läufer schreit, dass sie schreien? Die kannst du mit einer Flasche oder so bewerfen, dann hören sie gleich auf. Die hätten rennen sie weg, das haben wir schon einmal gesehen. Wahnsinn, da viele Gegner. Tolle. Ich bringe Probleme mit. Komm! Komm, 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 komm! Ja, ja, ich bin schon dran. Ich stirb gleich. Ich bin ja gut glücklich davon gekommen. Wie habe ich meine ganze Medizin weggeholt. Wie viele Posten hängen denn da eigentlich? Ja, du kannst viel mehr mitnehmen. Ich bin so stupid. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin... Ich bin ja... Ich bin ja... Wenn du möchtest... Ja... Ich bin ja nicht... Du bist wieşa... Es wird nicht so... Boah, was war das? SOND HEIS! Das haben alle gehört! Aber nicht durchs HZ! Ja, nicht durchs HZ! Danke! MENCH! Wieso? Danke schön! Oh komm, das ist doch lehrlich! Ich stand am Ende auf dem Pool und von zwei Seiten kommen Gegner und kreisen mich. Gibt's das, dass wir jetzt echt die letzte Bleiche nicht finden? Ich hab noch kein einziges gefunden! Hey, schau mal, Leute! Oh Gott! Da ist auch nichts! Mann, nee! Ich seh dich nicht! Ja, ich hab sie bei mir! Wollt ja! Kann man die Adrenalinspritze eigentlich nicht mehr, während man das Ding in der Hand hat? Ja, du bist auch schnell, ey! Ja, aber ob er sie ablegen muss, deswegen weißt du! Ja, muss man! Ja, das glaub ich schon, aber... Ab Flasher nimmst du ihn grad schneller! ... 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 ja 500 dollar kriegst ja radellos aber wieso